Das Fassarztmuseum Schloss Langstein entwickelt seit 2017 im Rahmen von Museum 4.0 eine digitale Plattform, deren Kernstück eine personalisierte Besucherführung bildet. Im Jahr 2021 wurde die Plattform um vier weitere Wissensstationen erweitert. Bereits entwickelt war die Augmented Reality Brillenanwendung Masken der Welt. Eine holographische Anwendung, bei der auf einem Globus unterschiedliche Riten und Bräuche interaktiv erkundet werden können. In der Evaluationsphase wurden allerdings beim Tragen der AR-Brille einige Probleme sichtbar. Wir entschlossen uns darum, diese Anwendung mit Tablet-PCs und Smartphones weiterzuentwickeln. Ein weiteres Modul nennen wir Lively Exhibition. Mit diesem Tool ist es möglich, von Besuchern produzierte Ausstellungen ohne Zeitverzögerung in das Museum einzuspielen. Es können über diverse Medien, Videos, Bilder oder Texte eingesendet werden. Danach werden die Beiträge direkt kuratiert und in die Ausstellung gesendet. Veränderungen, etwa beim immateriellen Kulturerbe in Corona-Zeiten, können dadurch aktuell dokumentiert werden. Wir haben uns auch dem Thema Gesichtserkennung gewidmet, dem viele skeptisch gegenüberstehen, vor allem was den Datenschutz angeht. Darum hat sich das Fassernmuseum Schloss Langenstein von Anfang an für eine datenschutzkonforme Eigenentwicklung entschieden. BesucherInnen werden aufgefordert, vor einer Art digitalem Spiegel Grimassen zu schneiden. Mittels künstlicher Intelligenz wird eine zur Grimasse passende Maske aus unserer Sammlung ausgesucht und dem Spiegelbild virtuell aufgesetzt. Gleichzeitig werden Informationen zu den Exponaten vermittelt. Die vierte Wissensstation ist ein Multi-Touch-Tisch, der sich auf kreative Weise mit den mittelalterlichen Wurzeln der Fasnacht beschäftigt. Als Ausgangspunkt dienten Skizzen, die von alten Gemälden von Bruegel und Bosch inspiriert wurden. Diese flossen teilweise in eine städtische Landschaft ein, die durch 3D-Modeling immer mehr gewachsen ist und mittlerweile durch Character Animation belebt wird. Die entstandene Stadt ist nicht nur eine historische Rekonstruktion, sondern wird teilweise durch syriale Elemente und fassnachtliche Attribute bereichert, die interaktiv bedienbar sind, um den BesucherInnen eine lebendige Wissensvermittlung zu offerieren. Das Besondere daran ist, dass die dachähnliche Konstruktion der Screens eine Vorder- und Rückansicht der Stadt zeigt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020